Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Ihr Kultisten werdet hier sterben! Ich komme anscheinend. 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 Genau wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine zwei Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Was weißt du schon von Familie? Du stiehlst Müttern ihre Kinder und bringst jeden zum Schweigen, der sich widersetzt. Zum Schweigen? Mydon hat sich die Zunge selbst herausgeschnitten. Ich spreche von Dollops, den deine Kultmarionetten umbringen wollten. Ich hätte diesen Idioten schon vor Jahren töten sollen. Deinen eigenen Sohn! Dollops wandte sich in der Nacht von mir ab, als ich deine Schwester rettete. Er war zu dumm, um zu erkennen, dass das Schicksal des Kindes mit dem meinen verwoben war. Du hast meine Mutter in dem Glauben gelassen, ihr Kind wäre tot! Das war es. Oh, wie sie weinte, als ihr kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich ihrer an. Ich legte sie auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, sie zu verschonen, und sie erhörten mich. Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Ich rettete ihr Leben. Indem ich ihr beibrachte, zu leiden, damit sie den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird sie der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast sie gefoltert? Sie war ein Säugling! Ich lehrte sie zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihr Stärke. Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen. Doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Demos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlermann. Es geht um mehr als um meine Familie. Du und dein Kult. Ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder wie deine Schwester. Hier. Ich beweise es dir. Mein Kind. Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krüsus wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krüsus zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krüsus ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte dein Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krüsus' Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krüsus die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, meine Schwester wäre vor langer Zeit gestorben. Krüsus treiben muss ein Ende haben. Ich muss sie töten. Krüsus